Dietrich, behalte ich. Wie viel könntest du eigentlich noch tragen? Nein, Dietrich macht sicher mehr. Ihr geht vor, ich folge. Was ist das? Angst. Noch mehr Angst. Da ist ein Punkt. Die hat da gehangen. Ähm, was hätten wir denn für mich? Ich weiß nicht, woher könnten wir... Nein. Oh no. Oh, der ist so richtig fett runtergefallen. Aua. Klammen. Ja. Klammen. Sssssssss. Oh, den habe ich voll ins Gesicht getroffen. Jetzt ist er, glaube ich, sehr wütend auf mich. Ne, warte mal. Gegen Drongona. Silberschrack muss doch sein. Oh, ich bin so allergisch gegen so Zeug. Oh, ich bin so allergisch gegen so Zeug. Ich bin so allergisch gegen so Zeug. Ich hab' noch Angst. Der ist so unterbricht. Ich bin so allergisch gegen so Zeug. Ich bin so gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber wirklich überlassen, sonst bin ich weg. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber wirklich überlassen, sonst bin ich weg. Oh, 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 oh. Ich treff nicht. Lass meine Frau in Ruhe. Ich weiß gar nicht, warum die so stark sind, ob er immer. Auf jeden Fall tun sie echt volle weh. Guck mal, ich muss gucken, wo ich lang muss. Standort, Umgebungskarte. Also wenn ich nach rechts runter gehe, bin ich nämlich schneller. Ihr antwortet nicht, muss ich eure kulturale Sprache sprechen. Angst? Oh, okay. Oh, okay. Die tun voll weh. Äh, Frau... Ich möchte mit euch tauschen, gerne. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist total genial. Hm... Ah, die kann auch nicht nur mit Tricks tragen. Das war jetzt grad richtig episch. Die Katze geht's hier noch gut. Ich will nicht, dass du noch mal kotzt. Sag's mir vor. Das war vielleicht widerlich. Ich hab's aber fast kurz zu mieser. Das kann man sicher essen. Das Salz kann man nehmen. Das... Ich hab's aber nicht mehr... Ich hab's aber nicht mehr... Ich hab's aber noch mal ein bisschen Knurrenmehl... Ich hab's aber schon weiter. Ah, ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist das besser. Drakon hier rein Ich probere nicht nur das Gold Hey Geldbeutel nehmen Da ist nix Ich habe hier solitärisch Angst die Speicher mal Ich speichere mal, sieh schon halt selber Aber muss der Auto speichern Seid ihr zurückgekehrt Aaron, mein alter Freund Ich bin die Aaron Durchgangsrute Die muss nicht ausmachen, aber ich bin so faul Hm? Seid ich nur die da Sie hat's ihm gegeben Wollt ihr beenden, was ihr zuvor nicht beenden konntet? Ich bin direkt hinter euch Ich habe geschworen eure Last zu tragen Ich mag dich total Ich bin dich total genial Ich habe noch über die Bücher Du kennst bereits Flammen Geht ihr voran? Gut, dann müssen wir gucken Was wir jetzt nicht nehmen Oder was nicht Äußernschulde Nein, das wird aber nicht so viel Ich habe so Angst Ob das irgendwas episches auf mich stürzen könnte Hier kommt was episches Das sehe ich jetzt schon an der Blutleire Jetzt nochmal Kratze Nicht Katze, Kratze Exakt Irgendwie Subti Fraps zahlen leicht Was ist das hier für eine Schatzkammer? Ich finde das Schwert episch Oh, das ist zu schwer Der ist jetzt nicht so episch Ich glaube ich mach das mal so Was ist das denn? Wozu die eine? Was ist das denn? Was ist das denn? Äh, ich glaube ich muss die Ähm Dings ein bisschen runter stellen Müssen wir mal ein Schild abwerfen Ich stell mal kurz ein bisschen Die Grafik runter anzeigen Aber da muss ich küsse aus dem Spiel Gut, dann sehen wir uns gleich wieder Und hoffentlich mal ist die Frapszahl Ein bisschen besser So, jetzt gucken wir mal Ob die Frapszahl besser ist Auf jeden Fall zeigt es mir Fast den gleichen Wörtern Aber es ist jetzt 28 Also für Fraps Und ich hab's immer noch auf hoch Und ganz leicht fäng ich Das ist nur ein bisschen weg Nur noch einmal werdet ihr versagen Was bist du? Oder was willst du? Oh komm Ich find dich gut Aua Ihr seid nicht Ahren Bruder Hat er euch an seiner Stelle geschenkt Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen Oh ey nicht lang Ich kann es nicht genau deuten Wow Waaaah Waaaah Waaaah